Sascha Skoczylenko erscheint mit einem Lächeln vor Gericht in St. Petersburg. Dabei drohen der 32-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft. Die Künstlerin soll angebliche Falschinformationen über das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine verbreitet haben. Skoczylenko hatte im März vergangenen Jahres die Preisschilder in einem russischen Supermarkt durch kurze Botschaften ersetzt, die sich auf die Lage in der ukrainischen Stadt Mariupol bezogen. Damals war es russischen Truppen unter großen Mühen gelungen, Mariupol einzunehmen. Skoczylenko sitzt seither in Haft. Die Anklage hält ihr vor, westliche Propaganda verbreitet zu haben. Die Aktion war aufgeflogen, als ein Supermarktkunde sich über die Zettel beschwerte. Der Fall ist ungewöhnlich, weil seine Grundlage politischer Natur ist. Die Entscheidung, eine Untersuchung einzuleiten, ist voreilig und nicht durchdacht, was alle nachfolgenden Ereignisse auslöste. Ich bin hierher gekommen, um sie zu unterstützen. Ich gehe zu jedem politischen Prozess, wenn ich die Zeit habe. Die Unterstützung ist wichtig. Die Künstlerin war im vergangenen Jahr bereits wegen der Teilnahme an einer Protestkundgebung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Künstlerin war im vergangenen Jahr bereits wegen der Künstlerin.